Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. So ging das. Ich habe ihn vernichtet, William. Oh, Josef Blatzkowitsch.